hallo meine lieben und herzlich willkommen bei holzton tv sagt euch der opa mario der alte sagt da siehst du da siehst du namen die haben noch nie keine ahnung da mache ich mal lieber mit bremse was ist das denn das habe ich mit bremse gemacht springen und nicht doch dahinten nein nicht ins wasser bitte im bunker wollen wir auch nicht und ins wasser auch nicht nenne ist das die möglichkeit auch schon ein paar zwei schräge schläge verschenkt gut nur heute nicht auch noch drüber danke danke dass zurückkommst wird sowieso boogie aber das mit dem wir die süße kriegen ist so die reingehen oder Träumen mal weiter, Holstein. Dankeschön, dass du das sagst. Hätte ich gar nicht gewusst. So eine Scheiße, ey. Blödes Wasser. Wieso haben wir den da verrissen? Aber wer soll mir das sagen, wenn ich das selber noch nicht mehr weiß? Oh, da war aber gerade so. Die habe ich gar nicht. Ich dachte, die ist viel weiter drüben. Ich dachte, das war alles dieser Rasen hier. So, 224. Das ist zu viel. So viel wollte ich nicht. Scheiße, Mensch. Halt an jetzt. Bitte. Okay. Und nachher alles nochmal mit Wind. Das wird bestimmt interessant. Das wird interessant. Ich hoffe schon gar nicht drauf, dass wir kriegen. Erst recht, die gucken mal die Linie. Aber bei anderen Linien schon die kriegen. Schauen wir mal. Da ist die Hälfte. Das wird ein Ganzes. Und dann nochmal so drei Viertel von der Linie. Aber bestimmt wieder. Ja, das ist aber viel, ne? So viel verschätzt. Ich werde immer schlechter. Ich werde immer schlechter. Und gleich eine kann ich Kaffee kochen. Freitag kriege ich mein Greenscreen-Tuch. Dann könnt ihr mich auch sehen. Ja, Gott sei Dank. Schön. Jawohl. Nach einem blöden Wasserdienst da. Kacke da. Was? Mann, ey. Das war ja so doof. Vier Schläge. Geht aber nicht. Das ist direkter Weg, ne? Jo. Boah. Boah. Gut. Gut. Reicht. 135. Ja, ja. Warum habe ich den so weit nach links gelegt? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Partizierte. entweder oder was soll ich machen dann nimmt oder ich weiß auch nicht was mache ich denn ich kann mir doch keinen keinen millimeter raster auf mein desktop malen mein edding ist doch viel zu dick dann sehe ich ja nichts mehr um das messen zu vereinfachen da und um von messen reden zu können bis jetzt so ist ja nur schätzen so ist es ja nur schätzen da sollte man nur dahinter blöde blöde darüber kommen hallo hallo gerne ja ein great shot ein great shot war das hat er gesagt der denkt wir sind gut jetzt geht es in die andere richtung wieder wie gesagt das ist ja auch schon mal das ist ja auch schon mal wichtig dass wir da keine blöden boogies reinfahren noch extra das ist auch ein schweinischer platz guck dir das mal an da musste wirklich bis wie kommen wir denn bis da hoch aber der springt doch nie bis da hoch der wollte doch wieder weg der wollte doch guck mal wie für das habe ich gemeint der hat keine chance da hoch zu kommen der freut sich noch richtig ich guck mal wird noch richtig schön bis zum rand noch oder was prima das ist ja jetzt hast du mich wach gemacht igel zeigt wirklich tatsächlich die möchte ich eigentlich haben ich habe schon lange keine gemäler aber 33 meter was kriege ich denn für eine linie bis jetzt sieht sie an die schlecht aus jetzt reicht die kraft nicht wahr ja schön dass du bist dahinter wenn musst du blöde fahne erst mal so wie willst du das messen jetzt schon wieder und dann doch dahinten der ich würde sagen auf jeden fall erstmal über die grüne linie da ist die grüne linie da geht da geht er drüber da geht er drüber und dann viel glück viel glück kleiner ball naja das war mir klar wäre ja zufällig gewesen wenn das das geklappt hätte wäre zu schön gewesen aber wir sind jetzt nicht mehr als so viel und so weit weg davon zum glück das war auch so ein reingeschleicher hör so richtig kräftig war das gut aber drin aber er ist drin aber keine keine brug ach das leute ist gar keine hecke das sind leute ja wir haben die bremse drin bloß kein verletzten 150 boah wir kommen nur bis dahin äh warum nur soweit warum nur soweit mit nur noch ein prozent habe ich gegenwind gehabt oder ach habe ich gar nicht nachgeguckt nach dem wind habe ich ja nicht geguckt ich habe nur nach entfernen glitze geguckt beziehungsweise vorhin so hälfte bitte 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 triff ich brauch doch den punkt dankeschön sehr schön danke roche danke roche du guter ja prima gehen wir nachher gleich ein steg essen roche ein steg habe ich aus argentinien einfliegen lassen von von opa weiter 94 haben wir noch platz mehr